Ich dachte immer, das ist ein Altersheim, es sind ja nur alte Frauen und so. Nein, ist nicht so. Es ist wunderbar hier und wir wohnen hier gerne. Basteln, kegeln, Bingo spielen und spazieren gehen vor allen Dingen. Da haben wir einen kleinen Teich und dann können wir uns da hinten auch hinsetzen und die beobachten. Das ist wunderschön, warum ich mich so gut fühle hier. Das ist der ganze Umgang, die Menschen, das Essen ist wunderbar. Das Altenpflegezentrum Haus Hoheneck-Ammelinghausen steht als familiengeführtes Haus für kompetente Pflege und Betreuung zum Wohlfühlen. Der freundliche und herzliche Umgang mit den Bewohnern und Angehörigen ist uns sehr wichtig, genauso wie die fachliche Qualität der Betreuung. Wir sind ein sehr familiärer Betrieb und es ist halt sehr schön, dass die Bewohner sich wohlfühlen. Das merkt man, man kriegt ein Danke zurück von den Bewohnern. Das ist sehr schön als Pflegekraft zu sehen, dass man, wenn man was gibt, auch was zurückkriegt. Und andersrum ist das genauso. Die Bewohner schätzen schon sehr, dass wir sehr einfühlsam sind und sehr individuell auch auf die Bewohner eingehen, dass wir versuchen, halt die Bedürfnisse und Wünsche zu respektieren. Gern können sie eigenes Mobiliar mitbringen. Auch Haustiere sind willkommene Gäste. Bei uns ist immer was los. Abwechslung und Spaß sind bei uns in der Tagesgestaltung ganz wichtig. Zum Beispiel gibt es verschiedene Musik- und Tanzgruppen, Sport, Theater und Ausflüge in die naheliegende Natur. Bei uns gibt es täglich frisches und saisonales Essen. Gern berücksichtigen wir auch besondere Wünsche im Speiseplan für Sie. Also ich würde nur raten, hierher zu kommen. Schöner kann man es nicht finden. Ich glaube nicht, dass es irgendwo besser ist. Beide in den wunderschönen Tag. Lernen Sie uns doch bei einem Besuch einfach mal kennen, wenn wir wie jedes Jahr zum Heideblütenfest einladen oder gern auch an jedem anderen Tag. Haus Hohen Eck – Vertrauen in die Zukunft Kölner in die Zukunft Motivant